Was ist Inselfieber? Das als Pilingtyphus bezeichnete Inselfieber ist eine schwere Krankheit, die durch Zecken, Milben oder Chilgebisse auf den Menschen übertragen wird. Der Name Islandfieber ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die meisten infizierten Insekten in sandigen Gebieten leben. Ohne Behandlung, bei der es sich um Antibiotika handelt, kann die Mortalitätsrate von Islandfieber 30% erreichen. Das Inselfieber ist ein Irrtum. Während Menschen auf Inseln im Pazifischen Ozean anfällig sein können, ist es auch möglich, sich auf dem Festland vieler südostasiatischer Länder mit Flickfieber zu infizieren. Es kann auch in nordwestpazifischen Ländern wie Pakistan, Australien oder Korea unter Vertrag genommen werden. Frühe Symptome des Inselfiebers treten innerhalb von 6 bis 14 Tagen nach einem bis eines infizierten Insekts auf. Zu den Symptomen gehört ein extrem hohes Fieber, das häufig zwischen 40 und 40,55 Grad C liegt. Fieber neigt dazu, von starken Kopfschmerzen begleitet zu werden. Schwellungen in den Lymphknoten treten häufig etwa eine Woche nach der Erkrankung auf. Am Ende der ersten Krankheitswoche kann sich auch ein tastbarer Ausschlag am Rumpf entwickeln. In seltenen Fällen kann das Inselfieber auch das zentrale Nervensystem beeinflussen und Verwirrung, Sprachschwierigkeiten oder Hörprobleme verursachen. Die Diagnose des Inselfiebers erfolgt in der Regel durch Beobachtung der Symptome und auch durch Blutuntersuchungen, die die Krankheitserreger bestätigen. Da es mehrere Krankheiten gibt, sogenannte Flavoviren, die dem Inselfieber ähneln, schließt die Diagnose diese aus. Nach der Diagnose ist die Behandlung relativ unkompliziert. In den meisten Fällen wird das Inselfieber mit den Antibiotika Tetrazyklin oder Chloramphenicol behandelt. Bei Kindern ist die Verwendung von Tetrazyklin jedoch kontraindiziert, da es zu einer dauerhaften Verfärbung der Zähne führt. Eine geeignete Behandlung für Kinder mit Inselfieber ist in der Regel Doxyzyklin. Ciproflaksazin kann für Erwachsene oder Kinder in Betracht gezogen werden, aber dieses Antibiotikum weist eine hohe Nebenwirkungsrate auf und wird in der Regel als Antibiotikum der letzten Instanz verwendet. Das Inselfieber neigt dazu, sich vor dem Ende der Antibiotika-Behandlung, die normalerweise zwei Wochen dauert, zu lösen. Besseres Gefühl bedeutet jedoch nicht, dass man die Einnahme der Antibiotika einstellen sollte. Wenn Sie keinen Antibiotika-Kurs abschließen, kann es wieder zu einem erneuten Auftreten eines Antibiotika-resistenten Inselfiebers kommen. In seltenen Fällen benötigen Patienten möglicherweise intravenöse Antibiotika und Flüssigkeiten, wenn die Krankheit nicht behandelt wurde. Da das Fieber so hoch ist und häufig in sehr warmen Klimazonen auftritt, ist Dehydration ein besonderes Problem und kann den Verlauf des Inselfiebers erschweren. Wenn Sie sich ausruhen und viel trinken, können Sie Komplikationen vermeiden. Es gibt keinen Impfstoff gegen Inselfieber, aber in Risikobereichen kann man sein Risiko verringern, sich damit zu infizieren, indem man langhemmige Hemden und lange Hosen trägt. Die Verwendung von Insektenschutzmitteln, die das enthalten, kann auch das Risiko eines Bisses verringern. Trotz dieser Interventionen ist es möglich, Inselfieber zu bekommen, so dass es keinen einzigen Weg gibt, die Krankheit vollständig zu verhindern. Im Moment geht es eher um die Heilung als um Prävention.